hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen video zu mini küche von ultra kids und das was hier natürlich sofort auffällt ist dass diese mini küche ihren namen verdient denn eigentlich ist sie eher ein kleiner herd mit zwei herdplatten mit drehregeln die knacken mit einem salz und einer pfefferstreuer einem kochlöffel einer kochgabe sowie einer uhr und eine pfanne das ganze ist vollständig aus holz die farben in pastell sind sehr sehr schön und gut aufeinander abgestimmt und von nicht hier an kann man eigentlich sagen beginnt dann die fantasie der kinder sicherlich ist es nicht schlecht wenn man vielleicht dazu noch irgendetwas kochbares aus holz gemüse oder was auch immer mit hinzukauft ein kleines gimmick an dieser küche ist dass man sie natürlich auseinander bauen kann und für den transport aber auch einfach bloß für die lagerung aller einzelteile hier hinten verstauen kann dann nimmt sie weniger platz weg und die einzelteile fliegen nicht herum so das war es dann auch schon mit diesem kleinen video vielen dank fürs zuschauen und bis bald